Jo Leute, was geht? Der Freund von den Prime-Wallys ist wieder am Start. Heute wieder mit... ...dem Milfanta. ...und dem anderen, der mit dabei ist. Sag doch mal kurz Hallo. Hallo, ich bin Samar von Elge-Merti. Genau, wir gehen wieder Paragon zusammen auf, Leute. Wir sind hier schon am Start. Ich muss nur noch kurz... ...meine Karte ausrüsten. Ich gehe schon mal ein bisschen nach vorne. Würde man sagen, das nehme ich. Oh Mann. Keine Ahnung davon. Also ich bin die moralische Unterstützung für heute. Genau. Wie immer. So, gut. Let's go. Lupschi, wie bist du? Ja, ich bin schon ein bisschen im Jungle. Ah, er ist schon unterwegs. Alles klar. Ich schließe mit dir gleich an. Ich bin auf dem Weg. Ich stehe hier auch schon vorne. Und wir machen das diesmal so, dass wir überall versuchen, zusammenzugehen. Denn letztes Mal... ...hat es ja gut geklappt, aber dieses Mal spielen wir PvP. Was bedeutet, wir müssen echt im Team arbeiten. Und ich würde mal sagen... ...versuchen wir erstmal, die hier zu spielen, oder? Oh, das kriegen wir auch nicht hier. Das ist auch mein erstes PvP-Match. Ich hoffe, ich bin... Ja, komm, das kriegen wir schon hin. Ich sag, wie wenig die am Anfang ziehen, ne? So, komm her. Er läuft einfach um ihn rum. Und ihm direkt in den Kopf. Ja, das passt schon. Ich versier' ihn. Enggwann ist ihm schlecht und er fällt auch rum. Pass auf, gleich hab' ich ihn. So, guck. Aber du hast gleich kein Leben mehr. Gut, let's go, so, komm. Wollen wir doch die anderen, die hier rumrennen? Ja, das kann ein Leben, oder so. Ich glaube nicht, doch ein bisschen. Dann geh' ich halt so, dass die auf mich gehen. Dass die mich angreifen. So, jetzt kannst du dir noch die Fresse hoch. Ja, beide gehen auf ihn. So, lass, lass mir den mal bitte. Ich brauch' die Punkte. Ja, dauert nicht. Ja, ich seh's. So, nice. Das kann ich auch Regeneration noch machen. So, lass mal schnell in die Mitte gehen. Alles klar. Unsere Mates werden da angegriffen. Gucken, dass wir ein bisschen helfen können. Let's mal hier die ganzen kleinen Scheiße wegmachen. Ey, 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 ey. Wo wollen wir denn hin? Bam, erster Kill. Zack. Er hat den ersten Kill hier. Nice. Also, mein erster Kill. Einer von uns hatte schon vorher einen Kill gemacht, aber... Ja, also, brauchst du ja. Dein erster Kill auch nicht. Ich glaub', der hat versucht, mich nachzumachen. Da kam einfach in den Turm reingerannt. Ich glaub', er hatte auch Bock. Ja, das kam sehr schlau von ihm. Ja, aber was würde ich an nie machen. Also, das ist ja... Nein, also... Anfängerfehler, ey. Ja, genau, sie sind ja schon Profis hier, ne? Auf jeden Fall. Glubschi macht heute eine Nukleare, wenn die hier schon sagen. Aua. Ja, bestimmt. Aua. Fuck. Okay. Und da hat er schon die Nukleare. Scheiße, man, sorry. Ich hab' nicht aufgepasst. Glubschi ist tot. Oh, Glubschi. Glubschi war zu gut, er musste zurück zu base. Ah, ich hatte schon 3k, die ich ausgeben konnte. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich guck' mal, dass ich die Sammler jetzt unternimmt. Ich hab' gleich 6. Scheiß Granate. So komm', wir müssen erstmal die Minions hier loswerden. Ja. So, hier links. Jetzt verzieht er sich grad. Sammler. Zack. Diese kleinen, miesen Feiglinge immer, ne? Die Schlüsselkarte, die ich genommen hab', also ich hab' mir ein eigenes Stack erstellt für meinen Typen. Und da hab' ich so'n Schlüssel mit bei, dass die Sammler viel schneller online kriegt. Innerhalb von 3 Sekunden und dann baut er den auf. Das ist gut. Ich glaub', das wird uns noch helfen am Ende des Spiels. Ja, das ist auch, also nicht nur, dass der den schneller aufbaut, sondern auch Schaden und so, konnte ich damit auch noch verbessern. Aber die Karte, die kann schon ganz gut sein. Der muss doch perfekt. Jetzt bring' ich den hier auch noch online und dann, wo wollen wir mal röse hin? Da. Vom Sammler getrollt worden. Fuck. So. Haare aus den Kasten. Haare aus den Kasten. Diese Steinen Camper, äh? ich finde es scheiße dass ich nicht mitspielen kann ja das tut mir leid für dich pass auf ich versuche den typen von hinten zu holen hier in der mitte ich gehe zu base rüste mir da 600 karten aus scheiße der steht im turm drin den krieg ich nicht aber ich kann hier die grün jetzt ein bisschen dezimieren was machen wir jetzt weiß nicht du bist der experte so klubschie wo bist du ich komme hinterher ich bin gerade in der mitte alles klar ich kann den typen leider nicht immer erst durch den jungle dann komme ich richtig in mitte ja ja habe ich auch gemacht ja stimmt deswegen müssen wir aufpassen weil ich nicht weiß was die vorhören vielleicht auf den Sackdingen pass jetzt auf wenn ich einfach wieder zurücklaufen weil das ein trof schätzt du lauf ich bin am Arsch ja scheiße da kann man von hinten an ja ich wollte ich wollte gerade sagen und dann warst du weg schade schade ich habe erst mal ein paar Punkte wo ich nicht immer wieder alles klappt so wo bist du jetzt oder ich bin rechts und so rechts alles klar kommen noch mal zu rechts und steht eigentlich die ganze Zeit die sind zu die wir schützen sie sind einfach da das ist wunderschön dieser Regen habe Regenbauer Regenbauer Beinbauer sie sind so von jetzt was fast kein Leben mehr das bedeutet 4 neue Punkte die ich gleich ausgeben werde mal eben zurück zum Base was auch glücklich wieder zu Ende hinter dir kommt ein T-Mail er ist auch nach das Zweiköne kriegen okay einfach vertrieben den Jungen dann reicht es schon wie sich das ausrüstet so ich komme jetzt zu dir auf die Lane und dann versuchen wir dann mal ein paar Türen zu zerstören hier ist auch ein Typ der ist nacko gut ich bin auf dem Weg also links sind gerade zwei mittig ist einer bei dir ist einer wo ist denn der fünfte ja das frage ich mich gerade auch wo ist'n wir da fehlt irgendwas irgendwas stimmt hier nicht ich weiß nicht der versteckt sich oder der ist AFK das kann natürlich auch sein wir hatten schon oft Spieler mittlerweile die eigentlich während der kompletten Runde nichts getan haben da freut man sich immer drüber das sind die besten Teammitglieder die man haben kann ja die sind mega komm wir gehen mal kuscheln so ich würde den Zug gerne rein und nicht mehr auf die Fässer hauen ja 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 das sieht schlecht aus Blutschieb du auffass dich für mich was war nichts nein nein Spaß alles gut das war knapp ich glaube ich kämpfe mal hier na das hätte ich sogar wohl gerne gehabt da wäre ich so gefrikt gewesen ne ich würde mal sagen ich ziehe mich ein bisschen zurück und dann gehe ich erstmal zu den beiden Sammlern dann kann ich mich nämlich wieder verbessern alles klar alles klar gut ich habe nämlich nur noch mal was ich dir zu zweit zwei Schwiegen und ich bin weg du musst jetzt mal ein bisschen strategisch verfolgen so ein Stückchen fehlt mir noch das meinen die ernst ja ich geh zum anderen Sammler ich muss ja jetzt auch hin das wäre ein bisschen blöd ok pass auf in der Mitte ist einer hinter dir kommt auch einer ja ich glaube ich höre zu die wollen mich echt haben hier die wollen mich echt haben Mann in der Mitte sind jetzt zwei also die kümmern sich nicht um dich nur der hinter dir Aua der läuft hinterher das doch nicht jetzt hör doch mal auf damit ach du Alter wie viele bei dir sind und wieder mal wenn ich bis 126 Leben durchgegangen ja ja alles gut ok so ich geh mich ein bisschen verbessern hier muss aber mal mit dem Leben kann ich nichts reißen ja das stimmt das ist immer schwierig weil was bringt das so dann können wir uns das oh hey gut wo bist du gerade du bist ach du du bist hinter mir ach du die Mitte ja die Mitte ist gerade heftig umkämpft da geh ich jetzt gleich mal helfen aber ich werde versuchen wenn ich jetzt durch den Jungle gehe weiß ich nicht ob das schlau ist rechts ja rechts kommt auch einer aber ich muss hier mit dich gehen weil meine mates sind hier am abkacken wir wollen den Turm nicht verlieren das ja einer alleine kann tun nicht sehen das ne das wird dauern lol lol einfach so ich hab nur einmal auf ihn geschossen kann man so muss das auch sein so kommen die Bitsche ist nicht mache ich gleich mit dem der Ehrer jetzt reicht es mir Rage Mode dann passt ey ich sag mal ich schieß einmal noch wie nur der Stieb wollen wir hier mal unseren Turm in Ruhe lassen oder was ja die Präzision hast du gesehen hast du gesehen in Zeiten vorbeigeschossen also da kannst du echt was von mir lernen die Luftschieds zu dir kommt einer rüber gerade sind auch die Minions mein einziges Problem der andere kann nicht der läuft dann hier vorbei ich muss hier weg oh moin ja das hättest du ja wohl gerne wenn du mich anziehen kannst hier kann es aber vergessen Leute die Leiter es läuft gerade bei mir sie ja ich hab den gekauft ich dachte ich nicht nee nee ich wollte ihn unterstützen ich wollte nicht glauben und ich freue mich natürlich dass ich den bekommen aber auch wenn es nicht ganz fertig so wie an dieser Stelle anders mehr das nicht sowieso nicht hört gut wir müssen sich aufpassen sie kommen zu mir rüber das heißt ich gehe lieber zurück zu ne die werden doch mittig oh shit ich komme jetzt zu dir ja party ne ich hab hier noch einen ja was machst du denn zieh dich doch zurück junge ich habe ich bin jetzt gleich hinter dir ich habe versucht ihn zu unterstützen aber das hat leider nicht gebracht wenn er sich opfern will dann lass ihn das ist ja nicht deine schuld ich wollte eigentlich nur die Dinge weg machen die Minions und auf einmal geht er auf die spieler okay ne wenn er so eine Legende ist dann lass ihn ne Achtung Block Schi du hast immer viele Leben ja ich war lieber zurück zur Base ich mach das hier alles klar also ich versuche es hier zu machen ich bin das wäre dann so ja bleibt sonst erstmal nur bei unserem Turm das lag ja erstmal ah fuck aber wir haben den Turm verloren was ist nur los weh wir haben Turm verloren ja wurde keiner gesagt in der Mitte glaube ich oh shit ja stimmt in der Mitte greifen die alle richtig oder ja ich versuche mal darüber zu schieben ja komm ja du kleiner Pisser aber kurz ihn hier mitnehmen ich glaube ich zieh mich immer ein bisschen zurück ich habe nicht mehr so viel Leben ja jawohl alter der geht da alleine rein gegen drei was ist denn falsch bei dir aber er will mir Konkurrenz machen ohne Stich verbessern das ist das battle wer sich am besten opfern kann ach so das sucht ihr wahrscheinlich noch ne gut ich komme jetzt mittig ähm das geht sehr schwer aber ich denke mal wir boxen uns irgendwie durch das Problem ist der rechts kann da halt machen was er will ja in der Mitte sind drei wenn jetzt noch links der andere geht wo wir händen denn alter okay äh wir sind jetzt nur noch zwei einer ist links ja ich geh in drei her ich jag den ja alter danke blut gerne das war perfekt abgesprochen so die Mitte ist jetzt frei wir sind jetzt glaube ich alle in der Mitte Klubschi warte du bist du bist hier ne ja folgen wir mal wir gehen jetzt wir gehen jetzt nach rechts und nehmen die beiden von hinten äh was wir nehmen von hinten was denn ich hab doch gar nichts gesagt er fängt hier an zu lachen hat er so sein fettestes grinsen stimmt ja nicht wir nehmen von hinten das hast du gesagt nicht ja wer hat denn gelacht für mich war das ganze mal gesprochen ja für mich auch ja das klingt doch nicht witzig ja warte mal ich versuch die beiden mal äh von hinten anzugreifen ja vorsicht die rechnen damit die gehen zurück ja ich versteck mich hier gerade der eine ist da der sieht dich schon ich komm von vorne die müssen jetzt irgendwie reagieren ja ich komm ich komm ich komm ich ich greife an ja gut ich bin da nein komm kuscheln jawohl jawohl wie er das doch reingestiegen hat Alter ich möchte nicht deine Freundin sein machen jawohl ja nichts gegen dich aber das war das war schon sehr aggressiv jetzt ist romantische Zeit Schatz komm sie mal bitte KUSCHEL KU 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 wir sind hier noch ganz wach da liegt es nicht KU 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 nein als ob der mich gekriegt hat du wichser alter was geht bei der mitte die in der mitte fluchte von hinten ja er liebte um vollkommen ja die mal bitte drauf wenn du kannst ich beschütze ich mann er unsere leute kriegen in der mitte einfach nichts geschissen wir sind ja gar nicht da alter der karte drei leute gekriegt ich gehe mal in die mitte ja okay warte 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 ich komme mit das kann ja nicht sein hoffentlich verlaufen ich muss mich nicht ohne spaß da ist nur einer und er hat gerade drei von uns zerstört was ist denn da los das bestimmt dreimal Leute die mit Lenkrad spielen was weiß ich Paragon mit Lenkrad Paragon mit Lenkrad auf jeden Fall der Lachs er will aus dem Sack die Kuschel erkennt man kann leider nicht ich habe zu wenig mannach wurde ich kann nicht kuscheln dieser Kieger von den Typen Lufi geht zurück ja ich bin schon dabei ich bin schon wieder zu wenig mannach das kann nicht sein als ob der noch ein Kill kriegt hab ich den keine Ahnung hab ich den gekillt ich hab keinen Plan ich hab fünf Kills aber wieviel hatte ich vorher das ist die Frage gute Frage ne so ähm ich muss mal hier kaufen jetzt warte mal eins ich glaub ich hab irgendeinen Fehler gemacht ja ähm und zwar konnte ich vorhin eine Karte nicht kaufen also ich konnte die weder auf Pfeiltaste oben unten oder rechts machen äh hier L3 und R3 hatte ich schon besetzt und äh mit der linken Pfeiltaste da aber da hatte ich schon was da ist die Karte jetzt komplett weg dann hast du die Punkte wiederbekommen und äh kannst sie jetzt einfach nicht mehr benutzen die alte Hälfte Alter ist das bescheuert das muss man auch vorher wissen ich brauche ja du bist schon da ja ich bin ich hier müssen wir gemeinsam drauf gehen denn das sind wieder diese zwei Bauchspecker-Kobaden hier die uns ziehen wollen ja hier das Nasshorn ist übel der schluckt richtig viel das Nasshorn ja das ist doch ein Nasshornverschnitt oder nicht Alter du willst kuscheln Junge das können wir machen wo sein wo sein Prozent meine ich würde zu gerne welches Level schon der gegnerische die da ist der die ganze Zeit unsere Typen basiert wir sind ja wahrscheinlich schon prästigt aber Prästige Master Level 2003 ja wahrscheinlich da ist Alter wer zieht denn die ganze 13 zu 1 spielt der Alter Alter und ich hab den vorhin getötet warte mal diesen einen Tod hat der von mir der muss mich hassen der ist Level 13 der ist 4 Level über mir ja holly shit ich glaube mit dem muss ich gleich mal ein bisschen reden ich freu mich jetzt schon drauf Alter die sind schon wieder die sind bei uns durch ne echt oh fuck jetzt die gehen da so durch die und sie hat das halt nur abgelenkt oh oh besuch ich geh zurück oh oh wie schlecht sind denn unsere Mates der eine spielt 0 zu 5 und der hat einen guten ja super ich bin am Arsch das ist mal wieder ich werde sterben das typische Thema Mates fackt nach doch nicht ich schaffte man sowas ich hab die Zeit gar nicht um so aufzustimmen mir fehlt die Zeit zu sterben wie ich ja komm her du Bastard das ist deine Mutter von hier mal das ist so schön das ist so schön Alter jawohl da kommen sie schon an ich bin auch gerade auf den Weg zurück bin gleich da Jopschi wir brauchen hier alle ja ich geh kuscheln ich hab aber nicht viel Leben ich werd sterben ja dann geh lieber zurück ja zu spät oben kannst du dich ja aufladen wir haben gerade alle hier und unsere Mates sind so schlecht ja was kann ich denn jetzt am nächsten gebrauchen irgendwas was Damage beursacht wir brauchen Damage die Kamer wieso hat der Ding schon wie schlecht die Teammates hier sind ja Alter unsere Jungs 2 7 0 7 holy shit ja der hat mich leider da bin ich aufgepasst wieso unser Team jetzt so scheiße ich versteh es nicht der muss als erstes weg der ist zu stark Klubschi ja komm den ziehst du oh das nachsort nein Klubschi nein komm komm gib alles gib alles zieh dich einfach zurück oh fuck Scheiße er hat alle von uns gezogen alter Schwede guck dir die Mates an die kriegen nichts auf die Reihe das ist so schlimm jetzt bin ich mal gespannt wir müssen uns gleich irgendwie zur Wehr setzen und sie noch zurückschlagen ja wenn du gleich wieder da bist immer noch nicht drauf ein Kindertum vom Tore der Weißensitzel der Meister der Magie der trifft nicht nicht einmal Mann ey komm ich bin auch wieder da das heißt zwar nix aber warte noch kurz geh noch nicht drauf fünf Sekunden da bin ich auch da alle von der Mitte alles klar das wird jetzt echt so ja das schafft das schafft einfach drauf das ist nur noch beschützen Alter ich glaube nicht dass wir das ist echt schwer was wir jetzt leisten müssen drei Stück sind da diese ja gleich kommen sie von allen Seiten dann hat der das nicht wenn die Nahkämpfer irgendwie von hinten kommen würden und die ablenken dann könnten wir schön drauf gehen pass auf ich glaube ich habe mir sowieso nichts mehr von ich ich ja das ist ich das ist ich das ist meinas von Alter wie viel Leben hat der Typ denn bitte weder mich verarschen ich als ob der abhauen kann ja ich krieg den nicht der ist schneller ich muss ihn hier komm schon du machst den Abgang nice ja ja wer den kill macht ist er ich ja lol ich glaube ich wurde vom Minion getötet das war das war aber ich hatte auch nur noch wenig von dem Kampf dort gerade also er wusste mich nur noch einmal er wusste mich nur noch einmal an ich warte bitte warte bitte warte rechts ist noch einer jetzt stück ich mich jetzt schon vor lachen sorry ok das ist die ganze Zeit das ist nur voll ich bin sorry so komm wir schlagen uns hier gerade gut wir hauen ja alles zurück was mich wundert ja das wundert mich jetzt auch nicht wir haben jeden Gegner gekillt Klubschieber hat mega Teamwork gemacht ja auch das sind ja wir müssen hier vorstoßen kann ich würde sagen Alter was ist denn hier los ach so ihr tötet gerade Minions ich dachte was steht ihr hier zu viert ich bin jetzt auf die nächste Welle ich muss jetzt neun Kartenpunkte ausgeben und dann reche ich mich an diesen Typen der 19 zu 2 gespielt hat denn ich habe ihn schon zweimal gekillt und wenn mich in das dritte Mal trefft dann wird er nochmal gekillt und danach wieder gegrillt oh nice erstmal grau ich guck mal ob ich unsere Sammler sammeln kann ok er sammelt die Sammler ja nice idea so komm brauchen um uns zu verstärken ja unbedingt also wenn ich mich noch ein bisschen skillen kann dann habe ich so viel kritischen Schaden dass ich nur wahrscheinlich 2-3 Schüsse brauche oh äh 4 durch die Mitte ja klubschi klubschi die gehen alle zum Sammler pass auf die gehen gerade links rum ja ich weiß ich habe es gesehen wir müssen aufpassen die wollen glaube ich unseren Kumpel da haben ja was auch sonst die geiern hier so auf die hey die haben nichts anderes gelernt hau da mach einen Abgang Jungen scheiß auf den Sammler rette lieber deinen Charakter ja der hat sich zurückgezogen er hat Schiss von mir wir wollen den Turm hier ziehen schaffen die irgendwie nicht warte mal ich guck mal ob ich da was von hinten weißen kann Achtung jeder weg jeder weg Alter wie viel Schaden machte hast du es gesehen? ja er ist fast tot alles klar wie sowieso einige verstehen ich muss es einfach damit abgehen ich weiß nicht was ich sonst machen soll Alter ich hab wohl ja ich hab wohl WALTER ich haue jetzt einfach ab setz das für hin Bo Alter den hat er sich geholt ich bin alleine Leute 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 ich brauch Trinkhilfe äh ja in 33 Sekunden kannst du die haben Ooooooohhhhhh ooooooooooohhhh ohhhhhh das ist total holy 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 scheiße ooooooohhhhhh aaaahhhhhh Scheiße ey ooohhhhhh ooooohh dieser kleine Pignannte wichser sorry für die Ausdruckhörbe haha ich kann sowas nicht leiden wenn mein Team mich dort im Stich lässt oh Gott kümmer dich einfach nur darum dass wir den Kern retten das ist echt brutal was wir hier machen wir haben halt keine chance wir haben einfach schon genug probleme durch die minions die von den kommen weil die wir haben nur noch den kern und er bleibt einfach stehen er hat aufgegeben er hat echt aufgegeben jetzt in die füße aufgegeben ich bin wieder da ich bin gerade kuscheln alter wie viel damage ich reinkriege jawohl wie soll ich das am besten angehen hier sind so viele ihr sollt alle tot wieso sagt mir das keine alter soll ich dir mal meinen letzten erlitten schaden sagen 118 123 226 282 und 564 dementsprechend schnell war ich auf weg was mache ich kann nicht drauf gehen weil die nicht sowieso ziehen kannst nicht machen noch mal scheiße das war so ein scheiß Team wieder ach man ich sag so Team-Mets fangen nach ja aber echt wir hätten die Runde echt noch gewinnen können und dann macht dieses super Team von uns nix einfach mal nix der eine Typ war ja gut, muss man ja echt sagen. Also 24-2 ist echt Respekt. Sag ich ja gar nichts, gönne ich dir nicht, verpiss dich, aber er war gut. Aber unser Team ist so scheiße gewesen. Also, ja. Naja, okay. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Wie gesagt, guck gerne mal bei Gloobstreet vorbei, check da den Kanal ab, lass gerne mal eine Bewertung da. Und wir machen das nächste Mal weiter, gerne auch mit Abonnenten. Dann haben wir ein besseres Team, würde ich sagen. Ja, hoffentlich. Und dann sag ich mal, haut rein. Okay, Rutschi, willst du noch was sagen? Äh, Tattoo. Eigentlich macht's nichts, auch Tattoo. Okay, ciao. Tschüss. Ah, die Runde, Alter, ohne Witz.